So, wir befinden uns jetzt im letzten, letzten Level wollte ich schon sagen, äh, auf jeden Fall im Drachenort müsste das sein. Gab jetzt eine Woche leider keine Videos von mir, lag daran, weil ich mich komplett voll erkältet habe, komplett mit allem was dazu gehört. Und jetzt habe ich noch so ein bisschen Husten und Schnupfen. Aber die gefühlt halbe Mandelentzündung, die ich hatte, die ist jetzt weg. Jedenfalls hat es sich so angefühlt. Ich war jetzt deswegen nicht beim Arzt. Dazu kam dann noch, wie ihr auch im letzten Teil schon gesehen hattet, musste ich ja einen Teil neu aufnehmen, weil ich das irgendwie verpeilt hatte, beziehungsweise OBS das irgendwie nicht mit aufgenommen hat. Joa, kurz danach durfte ich meinen Rechner formatieren. Ich habe natürlich vergessen, die Speicherstelle mitzunehmen und habe dann ein bisschen im Internet rumgeguckt nach dem Speicherstand. Weil ich jetzt nicht unbedingt ein Dings benutzen wollte, äh, ein Trainer, weil ich vertraue diesen Trainer die Dönskacke nicht. Weil man weiß, ob man sich da irgendwelche Malware oder sonst irgendwas mit runterlädt. Und habe dann das hier gefunden, wo man jedes Level halt, ähm, sich auswählen kann. Und, oh, was ist bei Ihnen denn los? Joa, bevor ich jetzt nochmal alles neu aufnehmen muss und ihr noch länger warten müsst, dachte ich mir, machen wir das mal so. Und er hätte seine ganze Crew mitgebracht, oder wie? Sie sind alle da. Ah, so. Nächsten weg. Auch wieder weg. Sollten sie jetzt auch alle gewesen sein. Jodika. Naja. Irgendeiner hat jetzt nämlich diese komische Scheibe. Ah, er hat sie gehabt. Diese komische Scheibe. Dann setzen wir jetzt ein. Und danach speichern wir auch sicherheitshalber nochmal. So. Weiß ich nur nicht genau, wie wir den Drachen gleich besiegen. Ich glaube, es gab hier irgendwie einen Trick, dass man sich fühlt hier so ein bisschen hinter eine Säule stellen kann. Weil, das da ist nicht jetzt richtig ein Problem. Muss ins Wasser. Hier unten sind auch ein paar Sachen. Oh, drecksvieh. Kommen sie hoch gleich wieder. Zack. Erstmal ein Gegenkopf. Ich glaube, hier könnten wir sicher sein. Oh. Sind wir da wohl nicht? Mal gucken, ob wir hier sicher sind. Oh nein. Aimboot Drache, oder was? Zum Wallhack. Ah, das war es jetzt auch. Gott sei Dank. Dürfen wir hier einen Dolch rausziehen. Oh, wie immer, man besiegt das große Monster und wir dürfen laufen. Ich glaube, hier ist es nur aus dem Gang hier raus. Yolo. Also, easy Sache. Man sieht auch von dem Sprecherstand, dass es eine Stunde acht Minuten gedauert hat. Keine Ahnung, was der Typ so lange gemacht hat und warum der so viel geschossen hat, aber ist okay. Das war dann auch der Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.